Dirty Minutes Left Herzlich Willkommen zu Folge Nr. 175 von Dirty Minutes Live, lieber Arne, Dirty Minutes Left. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Live-Hörer und liebe Konservenhörer natürlich auch. Wir trinken heute, ja, es hat keinen Namen eigentlich. Energy Drink Light, ich glaube vom Carrefour-Markt in Spanien, also in Barcelona habe ich das, glaube ich, gekauft. Ja, steht halt kein Name drauf, steht halt nur Energy Drink Light drauf mit 18 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ja. Ähm, ja, schmeckt so wie Energy Drink, so ein bisschen Red Bull-mäßig. Ja, ja, ist nicht so spektakulär, nee. Also nichts Spektakuläres. Ähm. Spektakulär hingegen, wir haben ja, ähm, wir haben ja heute Dienstag, das ist spektakulär, dass wir heute an einem Dienstag aufnehmen. Mittwoch. Ach, heute ist Mittwoch, sieh an, wir nehmen an einem Mittwoch auf und spektakulär ist, ähm, ich habe neulich Wäsche gewaschen und, ähm, habe dabei einen Wäschekorb, als sie fertig war, habe ich so die Wäsche in diesen Wäschekorb getan und dann bin ich so mit dieser Wäschekorb in beiden Händen aus meinem Badezimmer rausgegangen und dann hängte ich die Wäsche auf. Und beim aus dem Badezimmer rausgehen, bin ich mit meiner Apple Watch an den Metalltürrahmen gestoßen und zwar derart, dass ich nun eine, äh, eine Spider-Man Edition habe. Das ist natürlich scheiße. Eine, ähm, ein Unikat. Hast du die dann gar nicht bei deinem, ähm, Lauf tragen können? Doch, tatsächlich funktioniert sie noch, sie sieht halt scheiße aus und das Display zerbricht mit jedem Force-Touch immer mehr. Was natürlich auch eine ganz beschissene Idee ist, so ein Force-Touch, ähm, auf ein kaputtes Display zu machen. Ja. Aber gut, es hilft ja nix. Äh, nee, ich habe sie tatsächlich bei meinem Lauf, äh, Lauf, ähm, tragen können. Äh, wie war denn, wie war denn der Lauf? Wir haben jetzt von den Vorbereitungen so viel erzählt, da musst du jetzt auch ein bisschen was vom Lauf erzählen. Ich habe tatsächlich, habe ich ja irgendwie, das war mein, mein achter Lauf insgesamt dieses Jahr. Also ich habe siebenmal trainiert und jetzt einmal den Airport-Race gemacht, 16,1 Kilometer. In unter zwei Stunden war mein Ziel, ich habe 1,59,52 gebraucht. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und, äh, keine Gehpause gemacht, deswegen habe ich auch diese spektakuläre Zeit hingekriegt. Und, ähm, bin sehr glücklich damit. Meine Uhr hat gemessen 17,5 Kilometer. Also die Uhr nicht, sondern das Telefon mit der Uhr. Das Telefon mit Runtastic hingegen hat 17,8 Kilometer gemessen. Es ist, ähm, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber das ist ja ein Problem, was, das löst sich demnächst, weil, äh, demnächst hat ja die Uhr auch GPS. Ähm, ja, wollen wir zum relevanten Thema des Abends kommen? Ja, es gab keine Macs. Ich habe tatsächlich, ähm, also heute war der Apple-Event, ähm, mit der Einladung See you on the 7th, glaube ich, war das. Jo, genau. Und, äh, um mir ein wenig vorzugreifen, nach anderthalb Stunden waren so die beiden erwarteten Themen fast durch. Und da habe ich gedacht, oh, die haben ja noch eine halbe Stunde und können noch mal ein bisschen Macs zeigen. Haben sie aber nicht gemacht. Nein. Stattdessen haben sie zwei, äh, zwei andere Produkte gezeigt. Oder drei? Ja. Und zwar... Ein neuer Apple Watch. Richtig. Angefangen haben sie mit, nee, angefangen haben sie mit Software tatsächlich. Ne, so iWork und so ein Zeug. Ähm. Fand ich jetzt alles nicht so spektakulär. Hab ich, hat mich nicht geflasht. Ja, das ist ein bisschen, also, eigentlich nur so ein kleines Software-Update, von, von iWork, also, ähm, bessere Kollaborationsfähigkeiten. So live kollaborieren. Was man zum Beispiel, was wir jetzt mit Google Maps immer, äh, Google Docs immer machen, ist dann auch in iWork drin. Könnte man mal ausprobieren, so für Shownotes. Ja, was soll's. Also, ja. Na gut. Ähm. Was haben sie noch alles nicht vorgestellt? Sie haben keinen Newton vorgestellt. Sie haben keinen, wie heißt du den? Wie hast du den gesagt? Pippin? Pippin. Ähm. Keine Macs, keine iPads. Ähm. Sondern dafür eben Apple Watch und iPhone. Genau. Genau. Fangen wir doch mit der Apple Watch an. Das passt dir ja ganz gut, weil du dann ja eine neue jetzt brauchst. Richtig, genau. Und, und, warum, also, meine alte, die benutze ich ja, also ich benutze sie zwar fast jeden Tag außer am Wochenende. Du hast doch so eine Series Zero, oder? Also, ich hab, also ich hab die, ja, die erste Apple Watch halt. Die haben, ähm, ja, da können wir vielleicht hinterher nochmal drüber kommen. Ja. Erstmal, erst mal kannst du ja berichten, warum du dich auf die, warum du dich ein bisschen freust, dass deine alte kaputt gegangen ist. Also, ich freu mich überhaupt nicht, dass meine alte kaputt gegangen ist. Ich war mit der relativ zufrieden. Ähm, jetzt, wo eine neue erscheint, also vorbestellen kann man sie ab übermorgen und sie kommt dann nächste Woche, Freitag. Ähm, aber jetzt, wo es die gibt, will ich die natürlich haben, weil ich eben damit laufe. Und für Laufen ist geil, wenn da GPS drin ist. Und die neue... Genau, also, also die neue hat GPS. Die neue Uhr hat nämlich GPS drin. Und das ist ziemlich geil. Die haben das für, für so eine Walking, ähm, Hiking-App, haben sie das vorgestellt. Äh, da kannst du dir eben vorher die Karte auf deiner Watch, laden und gehst dann irgendwie eine Fünf-Stunden-Tour machen, ohne dein Telefon dabei zu haben. Was, ähm, gewagt ist, sag ich mal. Kann man machen, sollte man vielleicht lassen. Aber du kannst es theoretisch nur mit der Uhr machen und findest dann trotzdem den Weg, weil auf diesem Riesendisplay der Watch kannst du dann die Karte komplett anzeigen und dann sagt dir die Uhr auch, wenn du davon abweichst, von dem Ort, der, also von dem Weg. Und, äh, das ist natürlich für das Laufen ist es völlig egal, sowas. Also, ich geh halt dann einfach mit der Uhr laufen und in meinen Bluetooth-Kopfhörern und hab kein Telefon mehr dabei. Das heißt, ich krieg leider keine Runtastic, ähm, keinen Applaus mehr während des Laufens. Aber ansonsten, äh, kann ich halt hinterher nach Hause gehen und freue mich, dass ich meine Strecke eben auf dem Telefon sehen kann. Genau, also, ähm, Mobilfunk hat sie nicht, was halt nötig wäre, damit du so Live-Updates bekommst, äh, wenn du das Telefon nicht mitnimmst. Genau, das heißt also, auch Fahrzeugnavigation wird damit eher nicht so möglich sein, weil Live-Updates gibt's halt nicht. Genau. Was halt interessant ist, dass sie jetzt zusätzlich die ganze Uhr auch noch wasserdichter gemacht haben. Früher war sie ja, also, man kann sagen, duschdicht. Und jetzt soll sie schwimmdicht sein. Genau, das finde ich auch supergeil. Ähm, was ich viel geiler finde, ist, dass sie diesen komischen Roboter gebaut haben, der, der hat, äh, das irgendwie am Dauertest, äh, überprüft hat, wie wasserdicht sie ist. Genau, die haben so ein Ur-Badekarussell gebaut. Platsch, Platsch, Platsch. Das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Teil. Ähm. Ja, als, als sie das vorgestellt haben, da hast du gesagt, du möchtest gerne in der Abteilung, äh, arbeiten, wo Apple seine Uhren wasserdicht testet. Genau, die haben ja so ein, so ein Sportlabor, ähm, wo sie, wo sie alle möglichen, ähm, Sportsachen halt für die, ähm, für, für, für die Apple Watch testen. Also, keine Ahnung, äh, den Energieverbrauch von, von Läufern und sowas. Und von, von jetzt auch von Schwimmern. Ähm, ähm, und da hätte ich echt Bock drauf zu testen, also da, da zu arbeiten. Also nicht nur, nicht nur selber den, den Sport dann zu machen und das Ganze zu analysieren, sondern halt auch, ähm, an den Produkten mit zu arbeiten. Hätte ich voll Bock zu. Aber, ja, mach ich halt nicht. Ja. Könnte ich mich mal bewerben. So blind. Viel Glück. Hey, ich baue Flugzeuge, darf ich nicht bei euch mini, ich baue riesengroße Flugzeuge, darf ich nicht bei euch mini kleine Uhren bauen. Na gut, lass uns mal über die tatsächlichen, ähm, Neuerungen reden. Also, sie ist wasserdichter als vorher. Sie ist GPS-iger als vorher. Sie soll viel schneller sein. Ähm, was so ein bisschen Schlag in die Fresse ist, weil natürlich ist ein neues Modell schneller. Aber, das heißt im Grunde, so die, die ältere Uhr, also die, die jetzt alle Leute besitzen, die eine haben, ähm, die ist halt nicht mehr der Standard, was Geschwindigkeit angeht. Und sie wird auch quasi fortan nicht mehr unterstützt werden. Das heißt, ich nehme an, das nächste Apple Watch US wird schon nicht mehr so geil drauflaufen. Und das kommende danach sowieso nicht mehr. Und, das heißt, du hast da eine Uhr, die möglicherweise teuer war, mit der du nichts mehr anfangen kannst. Ähm. Genau. Was ein bisschen ungeil ist insgesamt. Aber natürlich hast du jetzt auch neue Features und so. Apple Watch 3, Apple Watch US 3, äh, kommt jetzt am 13.09. raus. Ähm, hat natürlich einige sehr coole Dinge und läuft natürlich auf der, auf der Uhr mit dem schnelleren Prozessor deutlich besser. Und sie haben jetzt einen interessanten Schritt gemacht. Das heißt nämlich, ab dem Zeitpunkt, wo die neue Watch Series 2 in den Laden kommt. Genau, also der neue, der neue Name ist nicht Apple Watch 2, sondern Apple Watch Series 2. Mhm. Ähm. Da bringen sie eine neue, alte Version raus, nämlich die bisherige Apple Watch mit einem schnelleren Prozessor. Das heißt, die ganze andere Hardware ist dieselbe geblieben, nur der Prozessor ist eben schneller. Und sie wird halt günstiger. Aber die schönen neuen Features, die gibt's irgendwie nicht dazu. Und ich verstehe diesen Schritt nicht so ganz. Das klingt so ein bisschen noch mehr nach, oh, wir haben gemerkt, der erste Prozessor, der war einfach nicht so der geilste. Und wir wollen ihn eigentlich nicht weiter supporten. Und deswegen schmeißen wir ihn mal sofort aus dem Programm. Genau. Also ich finde das auch ein bisschen seltsam, weil, ähm, das macht man ja eigentlich selten. Wenn man ein Produkt nicht weiterverkaufen möchte, verkauft man's halt nicht weiter. Wenn man ein Produkt günstig, also weiterverkaufen möchte, wie Apple das in der Vergangenheit immer gemacht hat, macht man das halt günstiger. Ja, aber dass man ein altes Produkt updatet, um es dann günstiger zu verkaufen. Das haben wir bisher nur bei den Telefonen gesehen und auch nur bei den Speichergrößen. Also dass sie dann entweder nur eine Speicher, also die meisten Speichergrößen eingestellt haben oder irgendwie eine neue eingeführt haben und dafür alle anderen wegfallen lassen haben. Aber dass sie jetzt, ähm, sowas machen, also ein altes Produkt, ja, doch deutlich updaten. Also tatsächlich den Prozessor aus diesem System-in-the-Package, System-in-the-Chip-Dings da rausholen und einen anderen reinzubauen. Das ist schon ein komischer Move. Also es ist natürlich für Apple super einfach, weil sie haben den neuen Prozessor, der einfach in einem Gehäuse daherkommt, das exakt gleich aussieht von außen. Und dann haben sie einfach den genommen und in die alte Uhr reingetan. Von daher, also den Schritt verstehe ich durchaus. Nur, es ist halt irgendwie strange. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Weil sie müssen jetzt auch die alten Watches, was machen sie mit den alten Watches? Die können sie jetzt quasi ab nächster Woche nicht mehr verkaufen. Ja, richtig. Was passiert denn jetzt, wenn ich meine nun kaputte Uhr mit der Spider-Man Edition, ähm, wenn ich die jetzt quasi reparieren lasse? Kriege ich dann eine neue? Wohl kaum, oder? Nee, da werden sie vielleicht noch die, die sie jetzt noch haben, äh, dann im Lager lassen für sowas, für Austauschgeräte. Und wenn die dann irgendwann mal weg sind, dann vielleicht nicht mehr. Das ist auf jeden Fall so strange. Aber es ist auch, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben, sondern sie haben ja auch das iPhone SE auf den Markt gebracht. Was nummernfrei, aber in einem alten Gehäuse daherkommt, mit neueren Teilen. Da war aber alles neu innen drin, da war nicht nur der Prozessor neu. Bei dem Ding ist jetzt tatsächlich nur so ein ganz, ganz kleiner Bauteil neu, der relevant ist, auch architekturmäßig relevant ist. Ähm, aber alles andere ist gleich. Also ich finde das sehr, sehr seltsam. Das SE ist quasi ein neues Gerät im alten Gehäuse. Aber das ist jetzt hier ein altes Gerät mit einem neuen Bauteil. Ja. Ich finde es seltsam. Naja, wie gesagt, es ist halt ziemlich simpel, das auszutauschen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie irgendwann ein Update für die bisherigen Watches anbieten. Gerade die Edition Watches, die einfach mal super scheiß teuer waren. Und die jetzt nicht weitergeführt werden übrigens. Es gibt keine zweite Edition. Die Apple Watch Edition Series 2 gibt es halt nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Prozessor auch in die alten Uhren eingebaut werden kann. Und dass sie da eben ein Update für anbieten werden. Das glaube ich nicht. Aber wir werden es sehen. Ähm, viel interessanter ist die neuen Modelle, die sie jetzt noch auf den Markt gebracht haben. Ja, nämlich die von Hermes, ne? Mit den zwei Armbändern an einer Uhr. Nein, tatsächlich finde ich, die alte von Hermes finde ich ganz cool. Diese mit dem Cluff. Ähm, die finde ich echt cool. Ähm, nee, ich meinte die Nike Plus Uhren. Ja. Die ja tatsächlich auch ein neues Interface bekommen haben, was speziell für Nike Plus, glaube ich, optimiert war. Mit einer anderen Schriftart. Und zwar mit der Nike Plus Schriftart. Das habe ich übrigens nicht ganz verstanden. Was ist dieses Nike Plus an der Uhr? Ist das eine eigene Software? Ist das eine eigene, also das Armband ist ein anderes. Das habe ich gesehen. Aber was genau macht die Uhr ansonsten anders? Das verstehe ich nicht. Das heißt, als normaler Apple-Uhrbesitzer kriege ich die Nike Plus Geschichten nicht. Und bin dann kein Teil der Nike Plus Community? Oder, also ist es irgendwie mehr als Software? Die Hardware wird ja wohl dieselbe sein. Zumindest was das Uhr-Case angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wie bei den Hermes-Uhren das Watchface, dass es das nicht für die anderen Uhren gibt. Und dass du dir die Armbände auch nicht einzeln kaufen kannst, obwohl ich die eigentlich ganz cool finde. Obwohl die sehen ein bisschen seltsam aus, aber sie sehen auch irgendwie cool aus. Ich finde sie auch ganz hübsch, muss ich sagen, weil sie, ja, sie haben halt diese Löcher, aber sie haben noch viel mehr Löcher. Deswegen fallen die Löcher eigentlich nicht auf. Finde ich witzig. Die sehen halt, es gab ja von Nike Plus früher auch schon mal so eine GPS-Uhr. Ich glaube, das war die TomTom plus Nike, TomTom, Nike plus TomTom oder sowas hieß die, glaube ich. Bevor TomTom die eigenen Uhren rausgebracht hat. Und die hat, glaube ich, ähnliche Arme. Nicht genau die gleichen, aber ähnliche. Auch so zweifarbig mit irgendwie so Neongrün und Schwarz. Daran haben die mich halt sehr stark erinnert. Was ich halt auch komisch finde, ist, dass bevor die Apple Watch rauskam, hat ja offensichtlich Tim Cook zu dem Nike-Chef gesagt, hier stellt mal eure Nike Plus Uhr ein, die braucht ihr nicht mehr. Und das war eigentlich so ein Jahr, bevor die Apple Watch rausgekommen ist. Und jetzt sind wir quasi im dritten Jahr danach. Und jetzt kommt erst diese Partnerschaft mit Nike Plus. Das ist eigentlich etwas, was ich zur ersten Apple Watch erwartet hätte. Ja, es wundert mich auch, dass es jetzt erst kommt, muss ich sagen. Aber möglicherweise, ähm, es hat wahrscheinlich einfach irgendwelche Bedingungen gegeben, die nicht erfüllt waren. Entweder waren die Verträge zur ersten Watch noch nicht unterschrieben und zu WatchOS 2 auch noch nicht. Oder es war einfach mit der alten Hardware nicht reizvoll genug für Nike, ähm, da reinzugehen. Und die haben gesagt, nee, wir möchten gerne erst mit GPS in die Uhr einziehen, weil alles andere brauchen wir unseren Leuten nicht zu verkaufen. Oder, also, ich denke, dass die da durchaus Bedingungen stellen konnten, äh, von beiden Seiten. Ne, sonst wäre es ja vorher passiert. Ne, weil Tim Cook ist mit, mit der Chef von, also ist nicht der Chef von, von Nike, aber er sitzt mit im Aufsichtsrat von Nike. Also, Tim Cook kann die, die Bedingungen vorgeben. Ne, dann ist es eben, dann war es eben Tim Cooks Idee. Aber jedenfalls ist es ja bislang nicht passiert. Ne, vielleicht war eben GPS das relevante Feature. Oder vielleicht waren sie einfach mit der Software noch nicht weit genug, als dass sie irgendwie eigene Watchfaces anbieten wollten für bestimmte User. Oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Wir werden es auch nie erfahren. Das ist eine Sache, die wir nie erfahren werden. Richtig. Ähm, gibt's zur Uhr noch mehr zu sagen? Also, es gibt eine neue Keramik Edition. Ähm, wie gesagt, die... Sie ist ganz cool. Komplett weiß. Das wird wahrscheinlich das Ultra-Hardcore-Teuer-Modell. Äh, weil Keramik herzustellen ist nicht so wahnsinnig easy, glaube ich. Und sie haben gesagt, dass sie die härteste ist, bislang. Und deswegen, äh, nehme ich mal an, dass die jetzt die Edition ersetzen wird. Mhm. Ähm. Ansonsten gibt's, glaube ich, zu der Uhr nicht mehr viel zu sagen, oder? Also, ich kauf mir auf jeden Fall eine. Das steht fest. Ich bestell die übermorgen und krieg sie die nächste Woche hoffentlich. Also, ich werd mir, ich werd mir keine holen. Und ich bin, ich bin zwar mit meiner Apple Watch jetzt nicht hundertprozentig zufrieden. Und ich glaube auch, dass die neue Apple Watch, äh, meinen Ansprüchen doch deutlich, ähm, entgegenkommender wird. Aber ich brauch's die halt nicht. Ich hab, ich hab so viele Sportuhren und andere Uhren. Da brauch ich jetzt nicht noch eine Apple Watch 2. Ähm, ist, nee, natürlich, du hast jetzt halt genug. Doch, aber wäre das für dich, wenn du mal jetzt, mal angenommen, du hättest keine zwei bis drei, ähm, Triathlon-Uhren, äh, Zuntos, wäre das für dich nicht relevant, ähm, dass die jetzt schwimmen kann und dass du damit auch deine Schwimmengeschichten quasi Apple Watch, Apple intern, ähm, 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 tracken und irgendwie analysieren kannst? Doch, doch, natürlich, dann, dann wär die super. Also, gerade mit den, mit den GPS-Tracks, ähm, in der gleichen App, in der halt auch mein täglicher Herzfrequenz, äh, landet. Ähm, das wär natürlich schon schön. Ähm, ich hab jetzt meine ganzen GPS-Tracks und den ganzen Kram beim Moves-Count von, von Zunto. Und ich hab keine Lust, das daraus zu exportieren. Und ich, ich, ich rieche mich halt so ein bisschen schon immer drüber auf, dass ich meine, meine Herzfrequenz halt immer nur in dem, in der Health-App ist, außer wenn ich, wenn ich tatsächlich mit den, mit den Jabra-Puls, ähm, Kopfhörern und der Zunto irgendwie Sport mache, weil die, ähm, gepairt sind. Also meine, meine Zunto ist mit meinem Kopfhörern gepairt, sodass ich da die Herzfrequenz reinbekomme. Ne? Ansonsten hab ich halt so dieses Alltägliche, zur Arbeit fahren, ist halt in der Health-App drin oder der Activity-App von Apple und alles andere, alles, was ich als seriösen Sport, äh, ansehe, ist halt in der Moves-Count drin. Das stört mich natürlich schon so ein bisschen. Mhm. Würde es dir reichen, eine Apple Watch zu haben jetzt? Äh, das kann ich jetzt nicht sagen. Dazu müsste man sehen, ähm, wie gut die Wasserdicht ist, wie genau dir das GPS da drin funktioniert. Wie sie beim Fahrradfahren aussieht, ähm, aber generell, ich glaube schon. Okay. Na gut, ähm, genug zur Uhr. Kommen wir zu dem, kommen wir zu dem, ähm, wichtigsten, was Apple vorgestellt hat, nämlich AirPods. Nein, als nächstes haben sie natürlich das iPhone vorgestellt. Lass uns erst mal über die AirPods reden. Ich glaube, die sollten wir nach dem iPhone, aber okay. Reden wir über die AirPods. Die sind geil, die hätte ich gerne. Die sind teuer, die kosten 170 Dollar. Also was sind das erstmal? Es sind Kabel, es sind Kopfhörer, die so aussehen wie die Standard-Kopfhörer, die Apple bislang immer rausgebracht hat, nur ohne Kabel. Genau, also die haben so ein, komm, wie sie, ähm, Draghi, The Dash, oder auch wie die neuen von, von Jabra, die neuen Kopfhörer, ähm, in so einem Case, was gleichzeitig Ladegerät und, äh, Zusatzbatterie ist. Genau. Da kann man sie, da kann man sie dann herausnehmen und sobald man sie sich in sein Ohr reinsteckt, äh, fangen die halt an, ähm, sich mit dem Telefon zu verbinden und Musik zu spielen. Ähm. Echt jetzt, sobald man sie in das Ohr steckt, machen die Musik an? Ja, die haben, äh, einen, äh, einen Sensor, also die machen dann nicht, aber dann sind sie... Den Ohrenschmalz-Sensitivity-Sensor. Nein, Infrarotsensor, der merkt halt, wie weit du, wie weit die Haut von dem Kopfhörer weg ist. Mhm. Und wenn die Haut halt weniger als ein Zentimeter wahrscheinlich weg ist, dann nehmen sie wahrscheinlich an, dass du, dass es in dem Ohr drin ist. Interessant, okay. Oder Temperatur oder was sie da halt messen. Also sie haben gesagt über Infrarot. Mhm. Ähm. Was ich interessant finde an diesen Kopfhörern ist, die gehen einen etwas anderen Weg designtechnisch als die anderen alle, weil die anderen alle gucken alle ein Stück aus dem Ohr raus und haben dann so einen dicken Knubbel, wo die Technik und der Akku drin ist. Oder die füllen, die, die füllen so die Ohrmuschel komplett aus. Genau, genau. Je nachdem, wie groß die Ohren sind, die man hat. Genau, und bei Apple ist es eben anders. Die sehen eben quasi aus wie die Kopfhörer bislang auch. Das heißt, du steckst sie in dir in das Ohr, die sind relativ klein, dann haben aber so einen, so einen langen Stab, der Richtung Mund ragt, werden du sie. Genau, also da, wo bei den Kabel gebundenen das Kabel rauskommt, da steckt jetzt die Batterie drin und Mikrofon. Die sehen halt so, erinnert mich so ein bisschen, wenn man die so von der Seite sieht, so ein bisschen wie diese billige 90er Jahre Bluetooth-Headsets, mit denen wichtige Manager auf dem Schulhof rumlaufen. Genau, ja. Also Leute, die sich für wichtige Manager gehalten haben. Ich bin mal zur Sebit gegangen mit so einem Ding. Ja. Ich war wichtig. Ich warst ja auch ein wichtiger Manager. Ja. Ich glaube, jeder ist mal mit sowas rumgelaufen. Genau. Ich finde das Mikrofon möglichst nah an den Mund zu tun, finde ich sehr clever. Das haben die sich wahrscheinlich auch überlegt, dass das clever wäre. Das Ohr ist jetzt nicht so nah am Mund. Naja, gut, aber das Mikrofon ragt ja trotzdem Richtung Mund. Das ist ja schon relativ zielgerichtet. Genau. Das ist auch so ein gerichtetes Mikrofon, haben sie gesagt. Ähm, und was ich auch ganz clever finde, ist, dass sie eben nicht so klobig aussehen. Sie haben mit diesem langen Stängel zwar, sehen sie zwar trotzdem irgendwie merkwürdig aus, aber sie sehen nämlich so klobig aus wie viele andere Varianten. Ähm, ja, Akku soll fünf Stunden halten. Ähm, der Akku, das Akku-Pack, wo sie drin wohnen, ähm, hält angeblich 24 insgesamt. Wird sich zeigen. Also, ja. Also, ich finde die ganz interessant. Ähm, ich hätte auch fast gesagt, die kaufe ich mir, bis ich dann den Preis gesehen habe von 159 Dollar. Also, ich glaube, für 99 Dollar hätte ich gesagt, okay, kaufe ich. Ja. Nächstes Jahr. Nicht mehr dieses Jahr, weil ich darf ja dieses Jahr nichts mehr kaufen. Für unter 100 hätte ich sie tatsächlich auch interessant gefunden, aber für 160 Dollar auf keinen Fall. Also, so wichtig ist es mir nicht. Meine aktuellen Funk-Kopfhörer sind zwar mit dem Kabel verbunden von Anker. Ähm, Sport-Sound-Buds oder irgendwie so heißen die. Ähm, haben aber irgendwie 25 oder 20 gekostet. Und funktionieren auch. Also, von daher, das ist ein Preis, den ich nicht bereit bin zu zahlen dafür. Ich finde, ich finde das bei diesen, äh, von Apple ganz cool, dass du halt auch die einzeln benutzen kannst. Also, ähm, was ich halt gerne mache, ist, äh, auf dem Fahrrad-Podcast hören, aber ich höre, äh, aufgrund des Straßenverkehrs halt immer nur in einem Ohr. Und zwar in dem von der, vom Fahrbahnabgewandten Seite. Ja, mit dem Ober-Ear, oder? Nee, mit, mit meinen Jabra, Jabra-Dingern. Und, ähm, hab halt eins dann irgendwie, äh, unterm T-Shirt hängen. Also, so runterbaumeln. Ja, okay. Und da könnte ich dann halt tatsächlich nur eins im Ohr packen. Das, äh, große Problem bei diesen von Apple ist natürlich auch ein bisschen wieder, ähm, bei vielen Leuten fallen die Teile offensichtlich leicht aus dem Ohr. Also, ich hatte, hab das Problem noch nicht gehabt. Ich bin auch mit meinen, äh, iPods, ähm, oft laufen gegangen. Hatte kein Problem damit, dass die rausgefallen sind. Mhm. Aber, äh, vielen Leuten fallen die Dinger wohl aus den Ohren. Vielleicht hab ich halt irgendwie so einen Durchschnittsohren, alle anderen nicht. Ähm. Ähm, und dadurch gehen die natürlich dann relativ leicht verloren. Das Display wird an diesen Teilen nicht splittern, weil die haben kein Display. Dafür haben die ein fancy Gitter. Hast du das fancy Gitter gesehen? Ja. Also, das Gitter ist so winzig, dass du es mit bloßem Auge kaum sehen kannst, hat aber trotzdem so ein fancy Muster, dass du da auch auf jeden Fall den perfekten Sound, äh, durchge, durchgegittert kriegst. Ja. Okay, soviel zu den, äh, soviel zu den AirPods. Nächstes spannendes Thema. Äh, das iPhone. Die haben ein neues iPhone vorgestellt. Wie zu erwarten, ähm, ein, äh, iPhone 7 mit einem komplett neuen Design, wie sie gesagt haben. Nee, das haben sie, die haben nicht gesagt, das ist komplett neu. Doch, doch. Die haben halt gesagt, dass es neu ist. Sie haben, sie haben sehr häufig gesagt, ein gorgeous new design und. Naja. Great, great new design. Also, die haben sehr klar gemacht, dass es ein neues Design ist. Na gut, also so neu ist es nicht. Es sieht dem alten relativ ähnlich. Dem, dem alten heißt dem 6er und dem 6s. Ja. Ähm, also die haben, die haben auch wieder zwei, also es gibt das 7, das 7 Plus. Ähm, das 7 Plus hat wieder eine bessere Kamera. Das, ähm, 7er hat aber dieses Mal auch diese, ähm, Image Stabilization bekommen, die das 6 Plus vorher hatte. Genau, die die Pluser vorher hatten, ja. Genau, ähm, die Kameras wurden irgendwie, also die Kameras sind auf jeden Fall viel, viel besser, mit, äh, viel besserem Weißabgleich und, äh, High Color und 12 Pixel, 12 Megapixel. Genau, da ist irgendwie ein High Color Gamut drin, weiß ich auch nicht, was das bedeutet, aber offensichtlich kann er farbigere Farben darstellen. Genau, was mir relativ egal ist, weil ich die sowieso nicht unterscheiden kann dann wahrscheinlich. Ja, okay. Ähm, die, äh, das, äh, das Plus-Modell hat eine, äh, interessant, die haben zwei Linsen bekommen, also die Kameras, zwei Kameras quasi, mit unterschiedlichen Brennweiten, um, äh, den Zoom zu verbessern. Also, wenn du halt, äh, gesumte Bilder machst, kannst du, ist es für den ersten Schritt kein digitaler Zoom, sondern halt tatsächlich eine andere Kamera, die benutzt wird. Mhm. Und was sie gemacht haben, ist, äh, einen neuen Portrait-Modus, äh, den werden sie einführen mit einem späteren Software-Update für die Plus-Geräte. Genau. Ähm, die ein Spiegelreflex-ähnliches Bild von Porträts ermöglicht. Das heißt, du hast dann ein Gesicht oder ein Vordergrund, der scharf ist und der Hintergrund wird unscharf gemacht. Das erreichen sie dadurch, dass sie, dass, äh, den Vordergrund, oder dass sie ein Foto mit beiden Kameras machen. Und dann, ähm, den Vordergrund von dem, von der Zoom-Kamera benutzen quasi, oder von der, von der, ja, von der langen Brennweite und den Hintergrund von der niedrigen Brennweite und den dann noch per Software unscharf machen. Genau. Und vorher mit Cleverness rausfinden, was denn der Vordergrund und was der Hintergrund ist. Genau. Also quasi ein Bokeh, ähm, Fake-Generator. Genau. Sah ganz interessant aus. Sie haben auch erst so ein Bild vorgestellt, ähm, und haben gesagt, hier, das ist mit einer sehr professionellen Kamera gemacht und so und bla, bla, bla. Und sowas wollen wir jetzt auch mit dem iPhone machen. Mhm. Und dann haben sie hinterher gesagt, ah, und jetzt zeigen wir euch mal ein Bild, was mit dem iPhone gemacht wurde. Ah, übrigens das Bild, was wir euch vorhin gezeigt haben, das war schon mit dem iPhone. Das fand ich ziemlich genial. Also, dass die Fotos, die damit entstehen, ähm, sind ziemlich gut, sag ich mal. Also, die sehen halt schon echt gut aus, weil so sehen eben Porträtfotos von professionellen Fotografen aus, dass da eben der Vordergrund scharf ist und der Hintergrund unscharf und dass du diesen, diesen Pseudo-3D-Effekt hast, dass das, dass das Gesicht dir quasi ins Gesicht springt. Und das machen die eben mit diesem, mit diesem Generator auch, der eben diese zwei Kameralinsen dafür benutzt, den Hintergrund unscharf zu machen. Genau, was Apple noch gesagt hat, ist, dass, ähm, was sie halt im Gegensatz zu Spiegelreflexkameras machen können, ist das Ganze auf dem Live-Bild, also schon vor dem Auslösen, das so anzuzeigen, wie es sein wird. Ähm, das kann man tatsächlich mit Spiegelreflexkameras auch machen. Also, Apple hat gesagt, das kann man nicht machen. Wollte ich gerade sagen, wieso geht das denn nicht? Ja, also, Apple hat gesagt, das kann man nicht machen, ist eigentlich auch fast richtig, bis auf die Tatsache, dass die meisten Spiegelreflexkameras eine Abblendtaste haben, mit der die Blende geschlossen wird und dann, äh, kommt genau dieser Effekt nämlich auch zum Vorschein, dann siehst du, wie die Schärfe hinterher bei dem Bild sein wird. Und mit dieser Abblendtaste kann man halt genau diesen Effekt auch bei Spiegelreflexkameras sehen, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch verstanden habe, was sie meinen. Okay. Ich spiele ja schon seit, äh, seit bestimmt 50 Jahren mit dem Gedanken, mir eine digitale Spiegelreflexkamera zu kaufen und will nicht, weil sie mir zu teuer ist und zu klobig und so. Und hab jetzt bei dieser iPhone-Plus-Kamera zum ersten Mal das Gefühl, mit der könnte ich so glücklich sein, wie ich es mit einer Spiegelreflexkamera würde. Auch deswegen, weil die wohl RAW-Bilder produzieren kann. Denn sie haben gesagt, dass sie das in der iPhone, also sie haben nicht gesagt, dass sie das in der, in der tatsächlichen Foto-App machen, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass sie eine RAW-API zur Verfügung stellen. Das heißt, die ganzen Pro-Kamera-Apps, die können da auch RAW-Daten rauskriegen aus der Kamera, was ziemlich geil ist, weil du dann einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Ja. Und das ist schon ein ziemliches Pro-Feature. Also, ich glaube, wenn ich die Kamera, also wenn ich das iPhone 7 Plus hätte, ähm, hätte ich keine Lust mehr, mir eine Spiegelreflex zu kaufen, weil ich den Vorteil einzig im Zoom sehen würde und das wäre mir nicht wichtig genug. Aber ich kaufe jetzt auch keine Spiegelreflex mit meinem iPhone 6 und ich kaufe auch kein iPhone 7, also von daher rede ich eigentlich nur Quatsch. Ja, also ich habe ja für diesen Zweck, habe ich ja noch meine, meine Reise-Kamera, meine, meine EOS M3, ähm, die ich halt dafür, die ist relativ handlich und ist halt quasi wie eine Spiegelreflex, auch wenn die einen kleineren Sensor hat und halt der Micro Four Third ist, aber, ähm, von den Funktionen her. Ähm, kommen wir mal zu den anderen, äh, interessanten Neuerungen von den neuen Telefonen. Sie sind wasserdicht. Richtig. Ich hatte, ähm, das vorausgesagt. Ich finde, das ist das absolut geilste Feature an dem Telefon überhaupt, dass sie nämlich wasserdicht sind, ähm, weil man sie dadurch problemfrei im Regen durch die Gegend schleppen kann, weil man damit laufen gehen kann und sie in der schwitzigen Hose haben kann, ohne Angst zu haben. Ähm, weil man sie, äh, auf Partys kotzend im Klo verlieren kann, ohne Angst zu haben, äh, es sei denn, man ist so betrunken, dass man es vergisst oder nicht merkt und das mit wegspült. Dann ist man aber selber schuld. Und man kann halt auch damit irgendwie mal ins Wasser geschmissen werden oder so. Also, ich hab jetzt, mit so einem Telefon hab ich dann keine Angst mehr, irgendwie das beim Kanufahren dabei zu haben, weil wenn ich dann ins Wasser falle, ist es halt wasserdicht und es ist mir dann auch egal. Und man kann, man kann auf den glatten Fliesen im Schwimmbad ausrutschen, ohne Angst zu haben, dass man ins Wasser fällt. Also kann man sich höchstens das Glas zersplittern im Schwimmbad. Genau, und dann kann man sich das Glas, das zersplitterte Glas in sämtliche, na gut, lassen wir das. Ähm, also nehmen wir mal an, du siehst im Schwimmbad jemandem das iPhone so aus der Hand gleiten, es passiert in Zeitlupe, dann ist es geschickter, das nicht auf den Fußboden fallen zu lassen, sondern dem einen kräftigen Tritt zu geben, sodass es quer durch das Schwimmbad ins Wasser fällt. Okay, ähm, zusätzlich hat das, äh, hat das, haben die neuen Telefone, ähm, Lautsprecher, mehr Lautsprecher. Ja, das finde ich auch super geil. Damit man in S-Bahn und U-Bahn noch mehr Hip-Hop-Kinder hat, die ganz laut Musik aus den Lautsprechern hören. Also mich stört es tatsächlich beim Videogucken mit dem iPhone sehr, deswegen gucke ich fast nur Video mit Kopfhörern auf, weil da eben Stereo-Sound rauskommt, ähm, dass der... Und du guckst das jetzt zu Hause, oder wo? Oder auch in der Bahn? In der S-Bahn natürlich, meine Hip-Hop-Musikvideos gucke ich in der S-Bahn, selbstverständlich, weißt du. Würdest du mit den Lautsprechern in der S-Bahn Musikvideos gucken? Nee, aber ich höre tatsächlich mit den Lautsprechern auch alles mögliche andere. Also ich höre halt viele Hörbücher, momentan wieder eins von Eschbach, eine Billion Dollar, ziemlich gut, schon ziemlich alt, aber trotzdem gut. Und ich verspreche mir von Stereo-Lautsprechern auch da einen deutlich besseren Ton für. Und für überhaupt alles. Also ich gucke halt ab und zu YouTube-Videos, weil die irgendwie in meinen Twitter-Stream gepoppt werden oder so. Und die gucke ich halt dann mit Kopfhörern, äh, mit Kopfhörern, mit Lautsprecher. Und da fände ich es schon cool, wenn das ein Stereo-Lautsprecher wäre. Ja. Also ich verspreche mir da viel von, von diesem Stereo-Lautsprecher. Ich weiß es nicht. Also sie haben Lautsprecher so angelegt, dass sie im Breitformat quasi stereo sind, also links und rechts vom Bild dann sind. Ja, ich weiß es nicht. Ja, also genau. Also wenn man das Telefon, wie ein Telefon hält, ist einer oben und einer unten. Genau. Das ist auch gleich Grund für die nächste Neuerung. Es gibt keinen Klinkenanschluss mehr. Ich nehme an, das spielt alles so ein bisschen zusammen. Also die haben halt gedacht, wir nehmen den Klinkenanschluss weg und bauen dafür Wasserdichtigkeit ein und mehr Platz für Lautsprecher. Also bauen wir auch noch die ein. Ja, die haben eigentlich, die haben drei Gründe genannt, warum sie den Klinkenanschluss rausgenommen haben. Irgendwie einmal Platz, zweites Mal weiß ich nicht mehr. Und irgendwie der dritte Grund war, weil es verdammt nochmal an der Zeit ist, diesen scheiß alten Standard wieder loszuwerden. Wir haben ja so gute digitale Stecker, da müssen wir so einen alten analogen Scheiß nicht mehr haben. Richtig. Das war so quasi die Aussage. Der zweite Grund war, glaube ich, es lohnt sich einfach nicht, so einen Single-Purpose-Stecker darin zu haben im Gerät. Weil dieser Lautsprecher, dieser Klinkenstecker hat halt nur genau den einen Effekt, dass du da eben analoges Audio rauskriegst. Genau. Und da meinten sie einfach, es lohnt sich nicht mehr und wir sind Apple und wir machen das jetzt einfach fertig. Genau. Also das haben sie tatsächlich wortwörtlich so gesagt. Wir sind jetzt Apple und wir machen das einfach. Wir sind irgendwie mutig. We have courage. Genau. Wir sind mutig. Genau. Ich finde den Schritt, finde ich, richtig. Ich auch. Auf einen modernen Stecker zu gehen. Ich finde es auch richtig, alte Zöpfe abzuschneiden. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass Lightning Apple-only ist. Also ich hätte es gut gefunden, wenn der Lightning-Anschluss quasi der USB-C-Anschluss geworden wäre und Apple gesagt hätte, komm, USB-C-USB-Konsortium, wir machen jetzt diesen Anschluss zu dem USB-C-Stecker und haben so viel, ja, haben so mal einen besseren Anschluss als der jetzige USB-C-Stecker. Technisch besser, weil er halt stabiler ist. Aber wir können, wir haben eine harmonisierte Lösung über alle möglichen Geräte und auch zum Beispiel über das nächste, über den MacBook oder sowas, wo dann halt demnächst, oder ja, MacBook ist ja USB-C drin. Und ich würde es halt gut finden, wenn alle Geräte einen einheitlichen Anschluss hätten. Das würde ich auch sehr gut finden. Aber momentan ist es, glaube ich, so, dass Apple nicht mal Lightning-Buchsen lizenzieren lässt. Das heißt, du kannst als Hersteller nicht hingehen und sagen, ich möchte gerne dieses Produkt auf den Markt bringen und da soll eine Lightning-Buchse drin sein. Das geht halt nicht. Deswegen sind ja die ganzen Apple, die ganzen Battery-Cases sind alle scheiße, weil du da nämlich einen Micro-USB-Stecker hinten reinstecken musst. Ich würde mir einen Battery-Case möglicherweise kaufen für meinen Sechser, weil der Akku halt nicht wahnsinnig lange lädt, wenn ich irgendwas den Tag über mache. Lädt, Quatsch, hält. Aber die haben alle einen Micro-USB-Stecker. Und wenn ich das da dauerhaft dran habe, dann muss ich immer mit diesem scheiß Micro-USB-Stecker da dran rumfriemeln. Und den mag ich einfach nicht, weil der zum einen Richtungs... Der hat halt nur eine Richtung und ist zudem auch noch ziemlich klein und friemelig. Ja, der ist halt scheiße. Richtig. Und deswegen würde ich also mit einer Lightning-Buchse darüber nachdenken. Aber so finde ich sie alle kacke. Um es mal wortwörtlich zu sagen. Du kannst dir ja das Apple-Case kaufen. Hat das eine Lightning-Buchse drin? Ja. Okay, nee, das sieht aber leider auch doof aus. Na gut. Sie legen bei die Earpods mit Lightning-Einschluss und einen Lightning-zu-analogen-Headphone-Jack-Adapter. Genau. Beides beigelegt bei den neuen Telefonen. Ja, das gab es damals schon beim GBA-SP. Genau. Also ich finde das ganz okay, also diesen Kompromiss. Finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, um davon wegzugehen. Weil sie haben es auch auf der Bühne selber gesagt. Es gibt noch einige Leute, die benutzen diesen alten Anschluss. Ähm, ja, so ziemlich alle, die das irgendwie an Verstärker anschließen wollen. Und ich habe auch, ich habe meine Bose-Kopfhörer, die haben das auch. Ja. Naja, deswegen finde ich es gut, bei diesem Modell eben den Adapter noch mitzulegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das letzte ist, wo sie es mitbeilegen werden. Ja. Ähm, und dass das nächste Modell entweder nur mit den Earpods kommt oder komplett ohne Kopfhörer. Oder Bluetooth-Kopfhörer. Die, das glaube ich auf keinen Fall. Ähm. Ja, nur Parallel laden ist halt blöde bei dem Ding, weil das ist eben auch der einzige Stecker. Und es gibt momentan noch keinen Lightning-Hub. Weil, wie gesagt, darf ja kein Hersteller herstellen, so ein Ding. Das macht ja aber nichts, weil, äh, die neuen Geräte halten ja jetzt länger. Also, das, äh, iPhone 7 soll jetzt, glaube ich, ungefähr so lange halten wie das 6S Plus. Und das 7 Plus hält eine Stunde länger als das 6S Plus. Genau. Also, das 6, das 6S hält zwei Stunden kürzer als das 7. Mhm. Äh, ja. Was ich, aber die, die Zeiten, die sie halt aufgezeigt haben, sind auch ein bisschen komisch. Also, irgendwie, ähm, zwölf, zwölf Stunden, äh, 3G oder LTE surfen soll man angeblich können mit dem, mit dem, ähm, iPhone 7. Und wenn das zwei Stunden weniger, äh, zwei Stunden länger ist als das 6S, dann müsste ich mit meinem, äh, 6S ja zehn Stunden, äh, 3G surfen können. Kann ich auf keinen Fall. Ja. Naja, wie auch. Irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie sie da diese Zeiten sich auskriegen. Ja, wahrscheinlich, wenn man direkt neben dem, neben dem 3G-Funkturm steht und immer bestes Netz hat und das Telefon da ganz entspannt seine Daten hinschicken kann, dann geht das vielleicht. vielleicht, aber nicht in einer normalen Alltagssituation hier in Frankreich mit meinem Netz, glaube ich. Ja, richtig. Gut, dann kommen wir doch zu den allerwichtigsten Dingen, die vorgestellt wurden auf dieser Apple Keynote. What? Holger guckt mich ganz will an. Natürlich. Der erste Mensch, der auf der Bühne stand, nämlich nach Steve, äh, Tim Cook heißt er inzwischen, äh, nach Tim Cook war nämlich Shigeru Miyamoto. Genau. Und das ist, wie wir alle wissen, der Erfinder von Super Mario. Und das kommt jetzt in einer Version, von der ich, als ich sie sah, gedacht hab, warum gibt's sowas nicht schon längst? Äh, nämlich ein Endless Runner mit Super Mario Welt 2D, ähm, kommt aufs iPhone. Und zwar irgendwann Ende dieses Jahres und dadurch, dafür haben sie tatsächlich, ähm, den Store umgeschrieben, weil es nämlich momentan im Store dieses Spiel schon gibt, aber noch nicht runterzuladen, sondern man kann da auf einen Knopf drücken und kann sich benachrichtigen lassen, sobald es erscheint. Und das ist, glaube ich, ein, das erste Mal, dass ich überhaupt sowas gesehen habe. Genau, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Und, äh, interessanterweise ist es auch da doch sehr, sehr reingehackt in das ganze, ähm, ganze Teil. Weil wenn du diesen Knopf, äh, Knopf drückst, der, also bei mir auf meinem englischen Telefon steht da Notify, ähm, dann erscheint erst kurzzeitig eine App auf dem Homescreen, beziehungsweise dieser, oh, ich möchte jetzt gleich eine App runterladen, dieses, dieses leere App-Icon. Und dann verschwindet das wieder und dann kommt so eine Nachricht, äh, ah ja, wir, äh, äh, schicken eine Notification, wenn das Spiel da ist. Aha, okay. Das ist, äh, haben sie da, wie, glaube ich, so in letzter Minute reingehackt, ähm, diese Funktion. Das kann, kann sein, ja. Was auch... Aber interessant. Was auch in letzter Minute offensichtlich irgendwie verkehrt reingehackt wurde, war, dass, äh, der Apple-Twitter-Account das komplette Telefon, bevor es auf der Bühne vorgestellt wurde, schon geleakt hat. Ja, das war... Das war relativ dämlich. Ähm, und wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren. Die haben sich bestimmt mit den Zeitzonen einfach irgendwie vertan. Da hat man Bilder gesehen von diesem schwarzen Telefon mit Wasser drauf, unter anderem. Genau. Ähm, die, die, die Tweets, die wurden auch relativ schnell wieder gelöscht. Also ich hab jedenfalls einen, einen davon geretweetet und irgendwie zwei Minuten später hab ich geguckt und dann war der schon wieder weg. Ja, aber es gab sie halt trotzdem. Also die haben auch die ganzen Specs schon reingeschrieben, irgendwie Doppelkamera und wasserdicht und, äh, neue Farbe und so stand halt alles schon drin. Ähm, und das haben sie halt quasi bekannt gegeben. Aber wie gesagt, das war nicht das Spannendste auf dieser Keynote, sondern, ähm, also Super Mario fand ich, fand ich ziemlich gut. Ich frag mich, was das für die NX bedeutet. Ich hab überlegt, ob die möglicherweise noch weitere Kooperationen eingehen. Ähm, mit Nintendo jetzt. Äh, und was natürlich auch dazu spielt, ist, dass die für die Apple Watch eine Pokémon Go Variante vorgestellt haben, äh, was ich auch total geil finde. Da hab ich erstmal mein, mein, äh, Pokémon Go, ähm, Armbandknüppelding wieder abgestellt, was ich, äh, spaßeshalber vorbestellt hatte. Ähm, weil es gibt ja dieses Zubehör-Bluetooth-Dongle-Ding für Pokémon Go. Holger, guck, wie ein Auto. Ja, ich, ich kann dir nicht so ganz folgen. Du springst da ein bisschen sehr hin und her. Okay, ich bin bei der Apple Watch und Pokémon Go. Ich bin über Nintendo dahin gekommen. Okay. Weil Nintendo und, äh, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall haben die, äh, genau, Pokémon Go für die Apple Watch, äh, hat die Neontech-Company vorgestellt. Genau. Wo man durch die Gegend laufen kann und, äh, man muss aber auch so eine, die, so eine Art Workout da starten, um Eier zu hatchen und dann kriegt man eine Nachricht, wenn Pummelhoff in der Nähe ist und man kriegt eine Nachricht, wenn man ein Ei gehatcht hat und man kriegt eine Nachricht, wenn irgendwelche Pokestops in der Nähe sind, von denen es ja eigentlich, jedenfalls wenn man in der Stadt wohnt, viel zu viele gibt. Das heißt, man bekommt auf einmal ganz, ganz viele Notifications wieder. Ja, genau. Das ist doch schrecklich, das will man doch nicht. Doch, natürlich. Also, wenn man Pokémon Go spielen will, dann macht man das ja auch aktiv. Also, ich gehe ja jetzt auch mit meinem iPhone raus, tatsächlich, um meine Ringe voll zu machen, gehe ich halt noch ein paar Stunden, paar Stunden, ein paar Minuten spazieren und, äh, habe dann mein Pokémon Go in der Hand und mache das halt aktiv. Und wenn ich das mit der Watch machen kann, weil die sowieso GPS drin hat und das alles gar kein Problem ist, ähm, und das als Workout gilt, dann mache ich halt ein Gen-Workout per Pokémon Go an und dann starte ich das und kriege halt auch nur in der Zeit dann die Benachrichtigung von Pokémon Go und kann dann irgendwelche Viecher einsacken oder kann, äh, Zeug einsammeln oder kann Eier hatchen. Gerade, dass ich momentan, um Eier zu hatchen, das iPhone... Eier ausbrüten oder sowas, wie heißt das auf Deutsch? Eier ausbrüten, genau. Dafür muss man aktuell das Telefon mitnehmen, die App starten und darf das Telefon nicht in den Schlafmodus versetzen. Das ist der größte Fuck-up überhaupt, der mit so einem Telefon von Apple jemals passiert ist, dass man dieses Telefon nicht schlafen schicken darf, damit irgendwas passiert. Also, das geht mir so dermaßen auf den Sack und deswegen freue ich mich tierisch darüber, dass es diese Watch-Geschichte nun gibt, wo ich einfach dann mit der Uhr durch die Gegend latschen kann und eben nicht das Telefon mit angeschaltetem Bildschirm in der Tasche oder in der Hand haben muss. Damit die Schritte gezählt werden, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ja, naja. Deswegen habe ich noch kein Ei ausgehätscht. Gut. Ja, also ich bin sehr gespannt, dieses Super Mario Spiel soll Ende des Jahres irgendwie rauskommen? Genau. Oder later this year und das ist dann ja Ende des Jahres. Zur Holiday Season haben sie doch gesagt, oder nicht? Genau. Und man kann irgendwie auch gegeneinander spielen, also gegen so Ghosts. Man kann, also das wird irgendwie online irgendwie alles abgelegt und dann kann ich sagen, oh hier, Arne war so schnell, da will ich doch mal schneller da durch das Level laufen als er. Ich freue mich da sehr drüber. Also ich mag beide Firmen sehr gerne und deswegen finde ich eine Kooperation zwischen denen total gut. Vor allen Dingen, wenn das finanziell beiden hilft, habe ich da überhaupt nichts gegen und ich glaube, Nintendo kann finanziell ganz gut Hilfe brauchen. Wir werden sehen. Ja, das ist halt auch irgendwie komisch, dass sie so eine, also Nintendo hätte diese Marketing bei einem Apple-Event nicht gebraucht. Die hätten das auch selber vorstellen können, ohne diesen Boost von Nintendo. Also da hätten sie auch, hätte diesen Boost von Apple, hätte Apple auch kleinere Anbieter von irgendwelchen Sachen, zum Beispiel von dieser komischen Yellow Brick Road App zeigen können. Also mir fällt der Name, also Zauberer von Oster war doch dieses Spiel. Das war so furchtbar. Nein, also was ich sagen will ist, ich finde es ein bisschen komisch, dass Apple einer so großen Firma, genauso wie Nike, so großen Firmen so viel Raum einräumt, hätte man doch eher kleinen Entwicklern mehr Raum einräumen können. Aber vielleicht bin ich damit auch alleine mit diesem Gedanken. Ja, hätte man natürlich, aber der Knaller war natürlich schon, dass Nintendo jetzt mit einem Mario-Spiel auf das iPhone kommt. Wir wussten alle, dass das passieren würde. Also wir Nintendo-News-Leser wussten, dass da diverse Spiele in Entwicklung sind und dass da noch mehr kommt als dieses Pokémon Go. Wir wussten halt nicht, was. Und dadurch hat jetzt diese Apple-Kino natürlich einen ziemlichen Knackpunkt gekriegt, weil Nintendo natürlich die Spielemarke ist quasi, die bislang nur auf eigenen Geräten irgendwie zu Hause war. Und jetzt da so ein Mario-Spiel natürlich für das iPhone anzukündigen, macht das iPhone für viele Leute einfach viel interessanter. Das stimmt natürlich. Was glaubst du, was glaubst du, wird die größeren Schlagzeilen morgen in den Online-Portalen haben? Die Apple Watch, das iPhone, die AirPods oder Super Mario? Also wahrscheinlich in meiner Filter-Bubble wird es wahrscheinlich der furchtbare Leak von dem Twitter-Apple-Bot sein. Und ansonsten... Ich meine jetzt bei Spiegel Online und Stern und Fokus... Also was lese ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was die interessant finden. Ich glaube, das ist das iPhone. Also ich denke auch, dass es das iPhone werden wird. Die Uhr interessiert wahrscheinlich nach wie vor keine von diesen Seiten. Mario wird natürlich durch die Spielepresse gehen, dass Mario jetzt auf dem iPhone landen wird. Und auch erstmal exklusiv auf dem iPhone, so wie ich das verstanden habe, und nicht aufs Android kommt. Ja, genau. Genau. Und dass die Pokémon-Go-App erstmalig auf einer Smartwatch natürlich die iOS, die Apple Watch unterstützt, wird natürlich auch ziemlich Presse machen bei den Pokémon-Go-Fans. Und das sind, wie wir wissen, irgendwie jetzt 15 Millionen weniger, aber trotzdem noch irgendwie 30 Millionen. Und da haben viele ein iPhone von, also von daher wird das schon interessant werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da der Aufschrei ziemlich groß ist von allen Nicht-iPhone-Besitzern, die aber Pokémon-Go spielen. Weil die sagen, das ist ja voll unfair und so, und wir wollen auch. Und wir haben ja dieses total tolle Android-Telefon, was so alt ist, dass es noch nicht zurückgerufen wurde von Samsung, und wir möchten jetzt gerne auch Pokémon-Go auf unserem Android-Telefon einsammeln gehen. Und, ähm, tja. Naja, jedenfalls glaube ich, dass das für mich alles ziemlich gut ist. Ja. Wir werden das sehen. Wir werden das sehen. So, wie ist dein Gesamteindruck jetzt so von der Keynote? Was findest du am besten und was am schlechtesten? Und ich glaube, das ist ein schöner Abschluss jetzt. Ähm, mir ist aufgefallen, sie haben schon wieder Frauen auf die Bühne geholt. Das fand ich ziemlich gut. Aber wenige, ne? So, ja, zwei sind mir aufgefallen. Zwei, zwei. Äh, die eine hat dieses, ja, das eine war diese, diese dusselige Game, die sie dieses blöde Game vorgestellt hat, mit dem Zauberer von Ars und diesem vielen Grafik-Gewitter. 400 fliegende Affen? Ja, richtig, die 400 fliegenden Affen, die natürlich auch spektakulär sind. Das war ein Quatsch, ehrlich. Ich bin sowieso kein großer iOS-Spieler. Vielleicht ändert sich das mit Stereo, Stereo-Lautsprechern, aber was soll's. Ähm, jedenfalls, also für mich, ich fand die von vorne bis hinten einen Erfolg. Also Wasserdichtheit bei beiden Geräten, die sie vorgestellt haben, finde ich total geil, weil ich glaube, dass das einfach schon seit langem super wichtig ist und das viel zu wenig Geräte haben. Ähm, und ich freue mich, dass Apple-Geräte jetzt da auch quasi in diese Regionen gehen. Die, die Samsung-Telefone hatten das, glaube ich, eine, eine Version lang und danach nicht mehr oder so. Ähm, weiß ich nicht. Also ich finde, ich finde beiden, ich finde die allen, alle drei neuen Geräte, finde ich sehr interessant. Ähm, aber nicht gut genug, dass ich sie mir kaufen würde jetzt. Ähm, ich habe ja die, die Apple Watch und das 6S, das reicht mir erst mal noch. Mhm. Die Dash finde ich, äh, die Dash, die, die Airpods, die Airpods, die Airpods finde ich super, aber zu teuer. Ja. Ähm, also tatsächlich am allerbesten finde ich Super Mario. Also Super Mario ist, ja. Am, am, am allerschlimmsten finde ich, dass es keine neuen MacBook Pros gibt, aber. Ja, natürlich, natürlich. Da werde ich wahrscheinlich noch weitere acht Jahre warten. Ja. Also was, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind natürlich von dem iPhone 7 die neue Farbe, beziehungsweise die neuen Farben, weil das Schwarz von dem iPhone 7 ist tatsächlich jetzt in Schwarz und das gibt es halt entweder in Matt oder in Jet Black, also so Klavier-Fingerabdruck-Optik. Mhm. Knallschwarz, was ich am, am sexiesten finde, weil es mich an mein iPhone 4 erinnert, was ich sehr gern hatte, als es cool war. Ähm, und ich würde, wenn ich ein iPhone 7 kaufen würde, würde ich wahrscheinlich ein Jet Black nehmen. Ich würde wahrscheinlich die Plus-Variante nehmen, weil die die bessere Kamera hat. Und ich würde wahrscheinlich die mittlere Konfiguration der Speichergröße wählen, die inzwischen bei 128 ist. Es gibt nur noch drei Größen, die 32 GB, 128 und 256. Ähm, und das finde ich ziemlich gut. Also 32 GB ist schon das Mindeste, was du auf so einem Gerät brauchst, um es überhaupt vernünftig benutzen zu können. Und das haben sie bislang ignoriert und ich finde es gut, dass sie es jetzt quasi einführen. Ja, ich habe ja auch das 128er und ich hätte, ich hätte tatsächlich gerne das 256er, weil, ähm, vor allen Dingen, dass, ähm, mein iPad ist mit 128 GB auch schon viel zu klein. Das ist, äh, immer voll. Und da hätte ich schon gerne was Größeres. Nun gut, Arne. Ja, Holger. Ich glaube, das war es, ne? Ich denke auch. X-Servs gab's keine, Newtons gab's keine, Monitore nicht. Nö. Apple-TVs auch nicht. Nö. Aber wie gesagt, wir haben es ja alles quasi vorher gesehen. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch ein Event im Oktober machen oder nicht. Die müssen dieses Jahr neue MacBooks rausbringen, anders geht's gar nicht. iPad bin ich mir nicht so sicher, aber... iPad, nee, iPad glaube ich auch nicht. iPad kommt jetzt, ist jetzt auf Frühjahr gewechselt, glaube ich. Ähm, aber MacBooks müssen sie schon noch irgendwas machen. Ja. Allein schon wegen... Die haben ja auch überhaupt nichts über das neue Sierra gesagt. Ne? Das iOS und Sierra kamen ja bislang immer relativ irgendwie ähnlich. Und iOS kommt jetzt irgendwie nächste Woche. iOS 10. Ähm, und Sierra haben sie kein Wort drüber verloren. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass da noch eine Keynote kommen wird, wo sie sagen werden, so, ab jetzt kriegt ihr Sierra. Und übrigens, hier könnt ihr die neuen Macs kaufen mit dem Siri-Button drin. Ja. Oh, ich muss meine iOS, meine, 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 meine iMessage-App fertig machen. Mach das. Gut, Arne. Ja, wunderbar. Dann, äh, hören wir uns, äh, nächste Woche wieder. Also, quasi, Ende dieser. Ja. Schauen wir mal, wann... Am besten passt. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.